Die eigentliche Brücke ist eine Brücke ist in der Stadt von Valencia, auf dem alten Bett des Flusses Turia und gab dem Zugriff aus dem alten Palast der Stadt, nahe der Stadt Valencia. Die erste urkundliche Erwähnung haben wir von der Existenz einer Brücke an dieser Stelle durch ein Lager der 16. Oktober 1321, und eines Schreibens von den Richtern der Stadt von König Cemie II sprechen über eine Allee, die einige Bögen der Brücke des Realen und Tiseranos ruiniert. Der echte Brücke ist heute, nach der Flut von 1589 wieder aufgebaut wurde. Die große Flut von 1517 hatte zuvor geführt und im August die 1528 sank, teilweise durch das Gewicht der riesigen Menschenmenge, die drängten sich um die Ankunft des Kaisers Carlos V zu sehen. Die Brücke wurde im Jahre 1598, anlässlich der Hochzeit von Felipe III mit Margarita der Erzherzogin von Österreich schnell fertiggestellt. Zur gleichen Zeit, die die Tür des Trampo de Bab geschlossen öffnen sie die Chetka und das neue Tor des Real. Derzeit kann ein Replikat, das Original wurde im Jahre 1868 abgerissen, in der Plaza Puerta de Lama in Valencia gesehen werden.